Schreiber vor Ort, der neue Talk bei NTV. Brisante Problemstellungen und aktuelle Themen. Wie sicher wird die EM? Konstantin Schreiber spricht mit Terroropfern, Kriminalbeamten und Psychologen und stellt ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt. Sind wir ausreichend gewappnet für wirkliche Anschläge, Terroranschläge? Hier gibt es aus unserer Sicht einen vielschichtigen Verbesserungsbedarf. Schreiber vor Ort, der neue Talk, heute 17.10 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020